Der jetzige Wintereinbruch hat auch die Bäume arg in Mitleidenschaft gezogen. Wir sind jetzt da in der Landwirtschaftskammer in Bregenz. Harald Ramml zuständig für den Gartenbau. Welche Bäume sind besonders gefährdet? Was kann man machen? Ja, aufgrund der Blattmasse sind natürlich Nadelbäume oder jetzt schon belaubte Bäume, also immergrüne Bäume, besonders gefährdet. Sie bieten eine große Auflagefläche. Und da empfiehlt es sich natürlich, wenn man solche Gehölze im Garten hat, wenn man dazukommt, einfach den Schnee runterzupreiteln, mit der Schneeschaufel runterzugeben. Einfach abschütteln, damit man einfach den Druck wegbringt. Muss man da irgendwas beachten? Ja, halt mit Gefühl und mit Harmonie vorgehen, dass man durch die Aktion noch ein Meer anstellt, wie eigentlich der Schnee das macht. Also vorsichtig geben, vorsichtig den Schnee runterschütteln einfach. Gibt es jetzt irgendwelche Baumsorten, die durch den Wintereinbruch besonders gefährdet sind? Also keine Ahnung, Obstbäume, die das überhaupt nicht vertragen? Ja, es gibt natürlich Obstgehölze wie Marille oder Pfirsich, die aus dem Weinbauklima stammen oder für das Weinbauklima geeignet sind. Denn diese Gehölze werden jetzt, wenn der auf den Schnee dann wirklich eine Kälte folgt, Schwierigkeiten haben, weil sie zum Teil schon in Blüte sind. Also ich habe gesehen, Marille ist voll in Blüte. Wenn da jetzt zwei, drei Grad Minus kommen, ist natürlich die Ernte für heuer gegessen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Dankeschön.